Das ist Australien. Und das. Ach ja, und das auch. Wenn man diese Bilder sieht, kann man verstehen, warum der fünfte Kontinent ein so beliebtes Reiseziel ist. Gerade bei jüngeren Leuten. Die meisten bleiben sogar mehrere Monate und verbinden das Reisen mit dem Arbeiten. Work and Travel nennt sich das. Und einer der beliebtesten Anbieter dafür ist STA Travel. Wie schafft man es nun, dieses Angebot noch bekannter zu machen? So, dass im Endeffekt auch mehr Reisen gebucht werden. Die Lösung? Win-Work-Travel. Eine Aktion, die Arbeiten und Reisen auch in Bildern zusammenbringt. Und zwar gleich auf zwei Wegen. Offline und online. Beginnen wir doch gleich mal mit dem ersten Teil. Der von Bofor 8 konzipierten und umgesetzten Roadshow. Unser Promotion-Team positionierten wir mit jeder Menge Giveaways, einem Geländewagen und einer Greenbox in insgesamt elf Städten. Hier konnten die Besucher das Worken und Travelen genau wie beim Kampagnenmotiv verbinden und sich dabei fotografieren lassen. Das Ergebnis wurde dann auf der Microsite win-work-travel.de eingestellt. Womit wir auch schon beim Online-Part der Aktion wären. Denn auch ohne bei der Aktion vor Ort zu sein, konnte man sein eigenes Work-and-Travel-Foto hochladen. Freistellen, Accessoires und Hintergrund aussuchen – schon war das Bild in der Galerie. Jetzt noch Freunde über verschiedene Social-Media-Kanäle zum Worten animieren und mit vielen Stimmen und etwas Glück gehörte man zu den Gewinnern einer Australienreise. Aber nicht nur für die Gewinner hat sich die Aktion gelohnt. Insgesamt gab es über 144.000 Besucher auf der Microsite, die durchschnittlich mehr als drei Minuten blieben. Für die 571 Teilnehmer wurden in kürzester Zeit mehr als 9.000 Votes abgegeben. Und auch in den SDA-Travel-Shops war plötzlich noch mehr los als gewöhnlich. Genau wie auf der Facebook-Seite des Reiseanbieters. Hier wurde die gesamte Aktion nämlich umfassend von Wofor 8 begleitet. Termine wurden bekannt gegeben und User bekamen hilfreiche Insider-Tipps zum Thema Work-and-Travel und dem Reiseziel Australien. Wie man sieht, kann man mit einer gelungenen Aktion vieles miteinander verbinden. Auch Spaß und Erfolg.